schönen guten morgen und herzlich willkommen hier auf meinem channel schön dass ihr hier mit eingeschaltet habt ich bin es wie immer euer shopmaster ich hoffe euch geht es soweit gut gerne könnt ihr mich auch unterstützen liken abonnieren nicht vergessen alles kostenlos und unterstütze ein creator könnt ihr gerne auch eingeben impact 82 dann auf suchen und dann habt ihr auch schon gefunden denkt dran alle zwei wochen neu eingeben und dann würde ich sagen starten wir gleich mal so wie es aussieht sind die ninja turtle wieder zurück ist jeden aber soweit bekannt warum nicht alles noch mal durchkauen april meister splinter ansonsten coachella ist alles beim alten geblieben billy eilish kam gestern mit rein nach dem neuen update auch für festival so avatar die sind noch bis nächsten freitag drin da geht es weiter mit star wars star wars ist dann wieder mit am start hier hat ja auch nichts weiter getan hier wird ein bisschen was ausgetauscht kaya oder kyra ach guck mal hier bei nano kratos der charlotte so ok den haben wir jetzt neu mit am start lego figur ganz witzig auf jeden fall backlink nicht meins ein bisschen verspitzhacken ok lackierung panta schon etwas älter ja könnt euch entscheiden so weiter geht's takt jet auch bekannt ranger also jones c season 1 wieder mal 800 kann man machen auf jeden fall so haben wir es besonders noch mehl mit kurz haarschnitt fuchsfeuer wolf käppchen auch schon etwas länger wieder her aber so sieht es ja nicht ganz fresh aus auch ohne wolfs käppchen ganz fresh eigentlich 1500 natürlich ist der preis nicht fresh so level auftragspaket haben wir hier ein neues so etwas freischalten mal kurz noch begutachten per seus gibt sie auch ohne maske ja ok so etwas freischalten legefigur black blink und so weiter und so fort hier auftragspaket noch mal ein paar level ups So, hier nochmal Jam Songs, Tyroneo Pakete, sonst was, Billy Eilish, der Festival Pass kam gestern mit rein, neu, ansonsten war es das erstmal. Mal kurz hoch gehen nochmal, so, so kleinen Charly oder Groß Charly und dann würde ich sagen, war es das euch erstmal mit dem Item Shop, morgen früh geht es weiter, wie gewohnt, ansonsten heute Abend Friday Night Live on Stage, macht euch eine schöne Zeit, bis dahin, ciao for now.